Aller Senior Richters, wir steigen in den Flugzeug und gehen hinfort. Mal gucken, wie lange wir jetzt mit dem Flugzeug aushalten, weil wir wissen ja, hier ist Flugverbot und ja. Was? Ist die Steuerung nicht invertiert? Wer hat denn die Flugzeugsteuerung nicht invertiert? Oh mein Gott, ey. Please, no. Tatsächlich steuert, glaube ich, nach unten. Oh mein Gott, ja, die Steuerung ist nicht invertiert. Raus aus der Flugverbotszone. Wo ist denn die Flugverbotszone eigentlich nochmal? Ah ja. Ah, kann ja schon fast jetzt geradeaus wieder hin. Ach man. Welche scheiß Zone bin ich denn jetzt schon... Oh leil. Tief geflogen. So kann ich da keinen Schillerreisinn machen. Doch, kann ich da. Was ist passiert? Meeting on the mound. Some of our friends want to quit early. Okay, listen up. This isn't worth killing for. Sure as hell isn't worth dying for. We're young. We should be out there drinking and fucking and skipping school. Woo! Our parents and grandparents already stole our future. Why should we give a shit? That's what I used to think. And then one day, Admiral Benitez walked into my classroom with a gun. She called on your name. You came to the front. One by one. Elvarez. Bermudez. Carrillo. The Admiral read their crimes. Protesting, handing out pamphlets, liking a Clara Garcia post. Fernandez. Jimenez. Peña. I learned a lesson on my last day at school. You can either be on the right side of history or the wrong side of Castillo's guns. Wise words, young girl. La morale taking new members? Depends. What? Is there an age limit? I will bleed for La morale. If you take me. Welcome to the war, viejo. I love the defaults. How do we take out the Adnidad? Pushups are the first step to victory. The Grand Hotel, Danny. That's the key. I got a combo I like to make friends with. No. We need Carlito. Pushups never lie. Okay. Wir brauchen mehr Pushups, Leute. Einsatz abgeschlossen. Das war ein bisschen kurz. Machen Sie sofort dort nächste. Let's go. Bin dabei. Willst du jetzt rein? Wahrscheinlich ja. Hey, watch yourself, Danny. Pipsy, open, take care. We have a good one on the back. I want to make a comment on the test. We have a good one on the back. We have a good one. Okay. What's your business? Delivery from command. Yeah? Okay. Open up and let's take a look. Hey, that's why I was told. Da. Ich dachte, das hat geklappt. Du bist sofort unerlaubterweise dahin. Auch okay. oh da war knapp ach guck mal hier ist ja leider ich hätte ich nehmen können ok mir reicht es jetzt kommen das war vielleicht keine gute idee was ist passiert ok von da komm hier to know about the Konflikt. Konflikt? Es ist als üblich. Insofern all die rübschen, es gibt keine Krieg. At least nicht hier in Eastern Yara. Am ich richtig, Admiral? Das ist nicht eine Krieg. Ja. Die Kriminals der Freiheit werden uns verholt. Ja. Sie sind viele, wir sind Geld. Du hörst das? Libertards? Das bedeutet Chica. Sie bedeutet Business. Und was ist die Violent Gang? Anyone die Militärte von Yara oder der Geschäftsinteresse ist nicht ein Yaran. Meine Strategie... Ich helfe ihr mit der Strategie. Ich habe Jahrzehnte Erfahrung. Ich bin eine Sicherheitsfirma. Der West ist sicher. Ich bin richtig? Ich bin richtig. Ich bin richtig. Kein Präa Coppice oder Nod. Ich mag Mr. McKay nicht. Das ist ein Kuss. Ich muss gehen. Herr Präsident. Admiral. Solange ich die Höhung. Admiral Benitez. Das ist das, was ich nicht sagen. Ich bin so. Wie ist es eine Gruppe von Kinder in El Este infizieren den höchsten Anzahl der Aktivitätswerte dieser Wur? Admiral? Sie haben Unterstützung von Libertad und der Legenden. Ich habe immer eine persönliche Interesse in deine Karriere. Ich habe dich aus der Akademie herausgegessen. Aber keine Erachtung. Es gab mehr Experten, mehr Qualitäts und mehr Intelligenz Das war's von einem sehr klaren Einstieg. Du hast einen einfachen Grund gemacht. Ja Herr Präsident. Du war eine Frau mit einem Uniform. Und jetzt könnte du das höhere Rundfunkmog geben. Die eine Karte auf einem Lumpel. Danke Herr Präsident. Ja gut, das war nicht so. Höher! Ich will sie höher! die ist ein bisschen loko ja gut der auftrag abgeschlossen wir sehen uns im nächsten part leute